Radfahren muss die Basis sein für die Mobilität der Zukunft. Für alle Strecken, die zweit sind, um sie zu Fuß zu gehen, brauchen wir das Rad. Ich bin die Elisa, Elisa Brunnmeier und ich arbeite beim Klimabündnis Oberösterreich im Mobilitätsteam. Wir beim Klimabündnis im Mobilitätsteam versuchen die Gemeinden zu unterstützen, bessere Radfahrbedingungen zu machen und greifen da vor allem den Radbeauftragten unter die Arme. Ich fahre natürlich am liebsten mit dem Fahrrad und wenn ich ein Auto brauche, dann habe ich das Glück, dass ich mir da am Hof ans Ausborgen kann. Wir teilen uns zwei Autos mit anderen Familien, mit denen wir da zusammenwohnen und sonst fahre ich sehr viel mit dem Zug. Ein Tag am Hof startet, machen wir Frühstück, dann schauen wir, dass wir fertig werden für den Kindergarten und es gibt eine zweite Familie am Hof mit zwei kleinen Kindern und ich bringe in der Früh alle vier und die andere Familie holt sie dann ab. Die zwei Kleinen, die fahren in der Kiste vorne mit und die zwei größeren, die radeln schon selber. Was ich beim Radfahren so mag, ist, dass es unglaublich viele Vorzüge vereint. Es ist klimaverträglich, es macht Spaß und es ist einfach praktisch. Radlfahren ist einfach super, probiert es aus.